Hey, wusstest du eigentlich, dass ich des öfteren auch live streame? Willst du auch mal bei den Streams dabei sein, alles früher sehen und immer den top aktuellen Content sehen? Dann schau auf meinem Twitch-Kanal vorbei, Link in der Beschreibung. Das letzte Mal, als ich die Streams verfolgt habe, war bei der großen Bücherverbrennung 10. Ich habe jetzt ewig viel Quarz für Upgrades, das stimmt. Außer ich, ich glaube, ich habe den letzten hier gefunden. Aber da ich jetzt gelernt habe, wie stark Magie ist. Aber guck mal, ewig viel ist übertrieben. Hier ist schon wieder vorbei dann. Wenn ich einen davon kaufe, habe ich gar nicht mehr so viel. Halt erstmal die Magic- und Power-Prozent machen. Mhm. Hat man halt mehr von am Anfang, ne? Vor allem am Anfang... Kriegen die Gegner jetzt, wo ich... Wenn ich mich auflevel, sind die Gegner am ersten Level dann auch stärker? No, ja dann. Ja dann! Ja dann! Du strattst heute, hast du etwa... Was? Die Völlerei hat immer recht. Warum bist du denn da nebenher? Sie lernt uns, unseren Impulsen nachzugeben. Halt den Segen und du wirst in der Lage sein, dein Gegner ganz viel Lebensenergie zu nehmen. RGB! Der Kelch schwankt. Erhöht beim Tau... Okay. Wenn ich tausche, habe ich kurzfristig mein... Tempo erhöht. Hm, wie brauchen wir denn einen coolen Kopf? Oh ja. Direkt viel angenehmer. Muss aber sein, den Erz-Litsch, den vermisse ich jetzt schon. Der war schon, äh, geil. Ich weiß, den ist weggegangen, wie ich glaubste. Und den Rockstar. Den Rockstar konnten wir gar nicht richtig ausprobieren. Verdammt. Skelettschwert. Oh, das ist cool. Ich hatte den gerade auch, aber musste ihn zerstören. Wieso musstest du den zerstören? Wieso, wieso gibt es einen Moment, wo man ihn zerstören muss? Alle meine Items sind physical-Kill-Attack-Speed. Ach so, ja gut. Dann macht's fern Sinn. Beim Schießen fällt ein Pfeil auf ein... Aber ich hab keinen Schu... Egal. Fucking... Scheiß-Trampolin, das mich durch die Pilze, durch die Stacheln hier entschleudert, ey. Und bei Groot wieder, wir haben kein Geld. Okay, weiter. Okay, weiter. Okay, weiter. Ah, auf jeden Fall dann mal Verbände. Au. Hey. Achso. Ich dachte doch, da steht fünf, aber es ist das, was ich habe. Ah, 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 ah. So. Oh. Auf der scheiß Feuerbälle da. Kann ich das da sammeln? Hm. Der Dead Cells Char ist auch ganz okay. Muss ich mal sagen, so. Wollen wir da diese Buffs kriegt? Kann man halt leider nicht. Ist Unique Max eher genau. Ja, ne gut, der Lich King war ja auch, ist halt, ne. Man kann auch einfach Instant Lich King finden, ist auch Instant Legend. Nein, der. So. Kommen wir noch mehr Gegner? Ah ja, dachte ich nicht. Ne, geh mal weg mit deinen Feuerbällen. Aber ob ich den Baum jetzt damit schaffe, ist so eine Sache. Ich mag den Thief überhaupt nicht, finde ich. Ich finde den doof. Also ist meine Antwort neben mir. Oh, fucking hell. Ach so, wenn ich nicht springe, trifft er mich hier. Was ist ein Scheiß, Alter? Die ganze Zeit sterben diese Bälle vorher. Aber wenn ich nicht springe, dann nicht. Dann denkt er sich, lol, nö. So. So. Oh, fuck. Okay, der End ist mittlerweile machbar. Der zweite Boss wird kritisch. Feder ist Rabenkönig. Erzeugt beim Tauschen einen riesen... Guck mal, dieser Tauscheffekt. Ich tausche doch nie. Ja, toll. Ja, komm. Also Ninja Gerti. Ja, ja, hatte ich gesagt. Ich mag Thief nicht. Also ist klar, dass ich dann das andere nehmen würde. Aha, diese gelben Angriffe innen. Oh Gott, hier kommt da eine Mite. Ja, wollte ich sagen. Au, 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 au. Zu viele Gegner, die daschen können. Au. Oh fuck, ich sterbe. Oh fucking hell. Alter. Hilfe. Nein. Nicht. Ja. Okay, ich lebe noch. Pi-a-pi. Alles ist cool. Oh. 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 Oh, nicht die Mite. Ich sterbe jetzt. Wo bin ich? Oh mein Gott. Ja, okay. Das waren zu viele Mite. Oh, ich muss pinkeln. Shit. Wir machen gleich kurze Pinkelpause. Nachdem ich die Items gesammelt habe, die die mir geben. Erhöhter Gelderwerb Okay, cool, kurze Pause Äh, Pause So War da oben rechts was? So, gucken wir doch mal, wie weit wir jetzt kommen Ich finde ja, der Startschädel entscheidet schon stark Also, ähm Was da jetzt passiert und was nicht Wenn wir dann Lich King bekommen Ist natürlich, äh, ne Easy Snap Das ist leider der Wolf Ow Willst du mich ver- Ich nehm den nicht Ich nehm den Wolf nicht, Spiel Da kannst du mir den noch fünfmal geben Ich nehm den So Kriegen wir jetzt Nen Wolf Ah ne, ich bin ja in der Item-Tür rein Magie-Schaden Der Dieb Was ist denn hier los? Nix Gutes, Chrissi Ja, jetzt darf ich gegen die kämpfen Ah, die ist anstrengend Ja, jetzt darf ich Sasuke, ja, danke für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Dachtest du, was ist denn jetzt los? Mal gucken. Was? Vielen lieben Dank. Oh Gott, oh Gott. Ich finde es unfair, dass die Gegner sich alle heilen können, aber ich nicht. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh, oh. Oh, zum Glück habe ich den Dash gerade aktiviert. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Das war viel zu knapp. Das ist ein Spiel. Jetzt habe ich ihn genommen. Oh mein Gott. Ich wollte ihn nicht nehmen. Ich wollte ihn entsorgen. So. Aus Protest einfach. Alles entsorgen. Erweck mal die Palk hier. Jetzt haben wir ein Schild. Au. 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 Nein, wieso haut er denn nach rechts, wenn ich links von ihm stehe? Oh mein Gott. Es ist so eine Mappe. Was macht er denn? Wir müssen weiter auf Kopfjagd gehen. Ich bin noch nicht zufrieden. Außerdem können wir ja mit den Köpfen, die wir nicht nehmen, unsere Köpfe erweitern. Sehen wir es einfach mal so. Die lebende Rüstung. Nehmen wir die mal mit und heilen uns. Der Nar. Mit dem Nar bin ich halt immer gut gefahren bisher. Ich mag den Nar. Ich mag den. Ich mag den. Au, au, au. Auch wenn hier gerade viel zu viele Magier im Start sind. Wenn man die auf Legendär pusht, die Sachen, ne? Werden die dann nochmal richtig geil oder werden die nur so hm-geil? Also lohnt es sich, das Legendäre aufzupushen? Oder sollte man dann lieber auf den Legendären Skull hoffen? Auf Unique King die allen zweiten Skull, aber werden die auch strong? Werden die so Erzlitz strong? Und Legendär ist dann Bonkers. Also nach Legendär kommt Unique oder was? Also gibt es danach noch eine Stufe quasi. Common Rare Unique, Legendär. Achso. Hast du vorhin schon mal geschrieben, aber da habe ich das Unique wieder vergessen. Ich mag den Legendär Thief mehr als den Ninja. Ja, weiß ich ja nicht, weil der Thief am Anfang halt zack, nehme ich den nicht. Muss ich vielleicht mal machen. Aua, letztendlich trifft es dreist. Es ist wie ich da. Das ist ein bisschen, weil er sich nicht in der Tür spaziert. Es ist ein bisschen, dass du ihr nicht geniezt mit dem Hinblick auf. Aber ich habe das 20, aber ich habe das 5-elles, ich habe das 100, 100 Prozent. Bautos. Ich bin da. Achso. Achso. Das ist ein bisschen. Achso. Ich bin da. Ich bin da. mistakes. Ich bin da. Und da. Ich bin da. Überflucht oder? Ah fuck, ich hab nicht realisiert, dass er schon wieder dabei ist. Aua, ja, ich hab voll falsch gedasht, ist ja okay. Au, au, au. Au. Oh mein Gott, ich... Derpe zu viel. Das war knapp. Holy shit. Schleier des Priesters. Wieso? Ich hab keine Magieangriffe. Ich bin doch nur auf physische Angriffe gerade. Ich hab keine Magieangriffe. Ich hab keine Magieangriffe. Ich hab keine Magieangriffe.